Looks like we've arrived a little too late. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog! Episode Silver! Aber, wir haben den Silver bereits 50% abgeschlossen. Und ich denke mal, dass wir auch die letzten 50% hinter uns bringen können. Und wie gewünscht werden die Folgen länger. Ungefähr bei 30 Minuten. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie lange... Uh! Na... Mich triffst du eh nicht. Also... Was? Oh! Na? Ach so, jetzt wird's also damit angekommen. Oh! Oh! BAM! Na, viel ist ja nicht mehr. Aber jetzt legt das mal wieder los. Genau. auch. Gib mir mal ein bisschen was ab. Was? Immer noch nicht? Immer noch nicht. Okay. Leck. Und wieso leckt es? Was? Immer noch nicht genug? Oh Gott. Wieso hast du immer noch nicht genug? Oh, geht doch. Du, ihr kommt mal schön mit. Oh, was? Du hast mich trotzdem getroffen? Wie unfair. Ich kann eigentlich mehr oder weniger nur auf die Dings kommen. Okay. Haben wir sie näher? Und du hast immer noch nicht genug. Okay. Komm mal her, Mann. Ringt. Ich muss sagen, ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwerer zu besiegen. Ja, weil ich jetzt eigentlich auch nicht mehr oder weniger mehr an die Dingskirche komme. Aber damit nutze ich einfach mal dich. Und dich hier. Und dich hier. Ja, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ah, es kommen neue Kumpels. Immer noch nicht genug. Oh Gott, das will. So, einfach ein bisschen schön zur Seite. Immer noch nicht genug. Okay. Und bloß weg hier, bloß weg hier. Ich habe keine Ringe mehr. Und ich weiß gar nicht, wo ich erstmal bin. Hier im Kripp. Ach, da hinten. Da muss ich mich aber beeilen. Und viel brauche ich aber nicht mehr. Also kriegt er jetzt eins mächtig auf die Fresse. Okay. Oh, Alter, ich sehe doch nichts. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe absolut nichts. Ich treffe höchstens die anderen Hoshis, ja. Aber nicht den, den ich wirklich treffen möchte. Ach, Mann, das ist doch nicht zu glauben. Oh, nein. Na gut, dann nehmen wir uns halt ein paar Kisten. Komm mal her. So. Das war's. Huh. Silver, watch him. He's coming in. Ja, he's coming. Geschafft. Sehr geschimpft. Ach, war vorauszusehen. Das war's vorauszusehen. Aber immerhin haben wir die Egg-Mission geschafft. Und speichern. Und ich habe natürlich meine Stoppo nicht gehabt. Das ist ein Chaos-Mission. Das ist ein Chaos-Mission. Das ist gesagt, diese Gemze kann transforme deine Gedanken into power. Collecte sie, und ein Miracle ist supposed to happen. Keep it as a lucky charm. It transforms your thoughts into power. Ich habe versucht, Sonic zu finden, aber jetzt denke ich, ich bin in Ordnung. Der Kopf verfällt dir auch nicht auf. Der Kopf ist weg von South Block 317. Okay. Sollianna Sollianna Soll ich dir? Dieser Mann ist der Glückwunsch. Ich habe auch jemanden, den ich auch besuchen möchte. Ich wünsche uns beide Glück. Hm. Besiege die Verfolger und begleite Elise. Okay. Wo sind sie da? Da. Du, gehen wir schon weg. Genau. Und du bist der Nächste, der weg geht. Bitte schön. Wo, 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 wo. Geh mal schön weg. Und du auch. Komm. Man, es ist ja total spät, euch zu treffen. Was? Wieso hast du ein Sch... Genau. Umso weniger Probleme habe ich mit euch. So, jetzt seid ihr bloß im Weg. Entschuldigung. So, du bist auch weg. Oh, das war schon. Oh. Ah, war es nur Erang? Äh, Arang. Na gut, wenn man es im Englischen sagen würde, eh. So, erst mal ein Schlückchen trinken. Ah. Ah. Na? Äh, ich gebe etwas zu ihr jetzt. Mephiles. 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 Tell me. Tell me. Who is the Iblis Trigger? Who is the Iblis Trigger? Why does he want to destroy the world? Why does he want to destroy the world? Why does that matter to you? Why does that matter to you? Unless you complete your task, your future will remain the same. Forever. He is currently at the Terminal Station. It's now or never if you want this. Mephiles. 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 And I charge, and I charge, and I charge it often. Mephiles. Mephiles. Du weißt bestimmt irgendwas. Du willst also in die Station rein? Was? Naja. Na dann, pass mal gut auf. Die stehen hier im Moment noch wachen, aber machen jetzt gleich ihren Kontrollgang. Sobald sie ihre Runde machen, nutze deine Chance. Schlüpfe in die Station rein, aber pass auf, dass sie dich nicht bemerken. Lass dir diese Gelegenheit also nicht entgehen. Dir bleibt noch immer Zeit, bevor sie ihre Runde machen. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt sofort bereit machen. Aha. Aber wir könnten ja mal gucken, ob es schon irgendwas zu kaufen gibt. Bevor sie ihre Runde machen. Ach, ich liebe diese Musik. Sie ist so schön. Oh ja. Winter ist. Drücke zweimal die Erdhose für den Teleport. Du machst sofort einen Teleport. Oh ja. Übernatürlicher Soldat. Oh ne, wir können ja ruhig gehen. Verbraut aber auch Energie. Das war nicht viel, aber immerhin. Oh. Geh in die Station. Ah, das war es also, was wir machen mussten. Auch okay. Ach du Scheiße. Ich glaube das war total schwer gewesen. Dann muss ich selber erstmal gucken, wie, wo, was. Aber ich glaube ich muss den Teleport Sprint benutzen. Oder ich komme vielleicht auch ohne ihn durch. Das heißt, wenn ich eine gute Kameraperspektive hätte. Aber irgendwie war es auch total schwer gewesen. Was dies anbelangt. Nein. Das war doch zu gefährlich. Der posiert hier auch immer so rum. Oh, ich könnte warten, bis er da hinten ist. Oh, ich könnte warten, bis er da hinten ist. Oh. 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 Ich hab schon Angst gehabt. Oh. Oh. Das war zu langsam. Aber egal. Oh. 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 Finde Sonic. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Oh, was haben wir denn da? Noch irgendwas? Nö. Geh mal schön weg, genau. Dann hab ich Feierbahn mit Marzipan. Was, 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 was. Tu kommt das hier? Boom, 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 boom! Weg sind sie. Ui! Geh mal schön weg. Genau, du runter. Ach, scheiße. Oh, ich brauche ich ja. Oh, ich brauche ich ja. Wow. Genau. Geh mal schön aus dem Weg. Dankeschön. Dafür kriegst du das wieder. Bam, 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 bam. Na, noch was? Oh, ich schlägt mir die Dinger viel zu weit nach außen. Das gefällt mir nicht. Aber es geht. Wie weit. Wie weit. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bro, bam, bam, bam. Game run. Wow Oh 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 Okay, da hast du mich ganz schön auf dem falschen Fuß anwescht Oh Oh Wer will jetzt schon wieder Stress Schön herkommen Keine Ja Das Tor muss ich brechen Und Geh doch Oh 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 Ja. Wow, da fliegt ja mal alle glatt in die Luft, Jungs! Oh Gott! Nein! Oh Mann! Und dabei habe ich mir so ne Mühe gegeben! Och Jungs! Oh Mann! So... Das Packen wird so weit? Komm! Wow! Jungs, ihr hinterlasst eigentlich nur Müll! Oh Mann! 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 Ich wusste nicht, dass er zurückgekehrt ist. Du musst! Du wieder? Diese Zeit, keine mehr Interruptions werden! Der Iblis Trigger muss sterben! Sorry. Elis! Ah! Es ist Zeit, zu Ende! Mephul! Warum bist du in meine Richtung? Ich bin Shadow. Shadow the Hedgehog. Ich werde nicht zurückhalten. Hier komme ich! Oh, das trifft sich perfekt. Dann machen wir den Kampf noch und dann kann ich die Folge auch gut beenden. Sehr schön. Ah! Du kriegst eins ordentlich auf dem Deckel. Das heißt, wenn ich denke, wow! Du kriegst ordentlich einen Aufendeckel! Wow! Um... So... Ich fordere ein bisschen was, ich fordere ein bisschen was, ich fordere ein bisschen was. Das war's jetzt? Oh, gut. Oh, perfekt. Wunderbar. Wunderschön. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns denn morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Macht's gut. Ciao.